Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe bei euch scheint genauso viel Sonne wie bei mir, beziehungsweise bei mir hat heute sehr, sehr viel Sonne geschehen. 26 Grad war ich hier am Start, mittlerweile ist es schon wieder ein bisschen dunkel. 26 Grad, das ist eine Temperatur, bei der ich zerschmilze und mich komplett nackt ausziehen möchte. Aber das soll nicht Thema dieses Videos sein. Thema dieses Videos sind PBE Patch Notes, das heißt es gibt wieder einige zahlreiche Änderungen und ein Reverb. Wie ihr im Titel erkennen könnt, brauche ich ja auch nicht mehr zu sagen, wer es ist. Erstmal haben wir noch ein paar goldene Skins, die Conqueror Skins, das heißt wir haben hier zum Beispiel Alistar, Karma. Ihr könnt ja gerne mal sagen, welcher euer Favorit ist. Ich meine die sehen alle schon ganz cool aus. Nidalee, Arid, die Challenger Skins und hier Varus. Ich dachte erst, das wäre Ash tatsächlich. Die wird es wahrscheinlich wieder für irgendwelche Events geben, das heißt aus irgendwelchen Boxen müsst ihr irgendwelche Sachen sammeln und wenn ihr davon 1500 Tokens habt, könnt ihr euch einen Gold Skin kaufen. So ungefähr wird es laufen. Dann gibt es hier noch hoffenweise Icons. Boah, ich muss jetzt mal an dieser Stelle droppen. Icons sind giga-users. Ich habe ungelogen, keine Ahnung, 100 Icons oder so. Und ich benutze seit 50 Seasons dasselbe. Irgendeins Shadow Assassin von Kane oder so. Aber findet ihr Icons cool? Ich meine, okay, es schadet niemanden, es tut niemandem weh. Und Abrundschluss ist ja ganz lustig, aber naja. Das hier ist übrigens ein cooles Emote, muss ich sagen. Ist gar nicht so schlecht, so ein Fail-Fisch. Ja, Ash bekommt neue Visuals, das heißt es sieht ein bisschen anders aus. Ich wollte jetzt sagen, es sieht richtig cool aus, aber ich weiß gar nicht, wie die Visuals vorher aussahen. Ich denke mal, der Pfeil ist schon anders, ne. Aber ja, das gleiche auch für Blitzcrank. Bei Blitzcrank sehen wir auch noch das hier, das wird anders. Das ist eine Ultimate, sieht echt cool aus, muss ich sagen. Und der Blitz von oben, sieht man hier gar nicht, weil meine Cam drüber ist. Hier sieht man es jetzt, bam. Und auch das hier, das Schild, ne. Sieht man endlich aus wie ein cooles Schild. Ein cooles Schild, hier läuft der ein bisschen schneller, ein bisschen Speedup drumherum. Cool. Ja, aber das soll auch nicht interessieren. Das, was interessiert sind nämlich Champions. Hier sind nochmal, was ist das hier? Ach das, ja. Das sind die Orbs, Leute, ne. Das heißt, ihr müsst diese Orbs öffnen, ihr bekommt diese Icons und dann könnt ihr euch goldene Skins kaufen. Und Rahmen und Flaggen und Wards und das ganze Thema. Fangen wir an mit Aatrox, meine Freunde. Aatrox, erstmal müssen wir jetzt drüber sagen, ist das ein Rework? Da kann man mal viel diskutieren, dann sagen einige, ne, ist gar kein Rework. Was ist denn überhaupt ein Rework? Im Prinzip ist ein Rework, meiner Meinung nach, ist jetzt Definitionssache, wenn ein Champion massivst geändert wird. In diesem Fall ist es so, dass Aatrox, also vor allem nicht nur ein Spell, sondern große Teile vieler Spells. In diesem Fall ist es so, dass seine Spells mehr oder weniger genauso bleiben, wie sie sind, aber anders funktionieren. Ja, und deswegen würde ich sagen, es ist auf jeden Fall ein Mini-Rework, wenn nicht sogar ein ganzes Rework. Kann man drüber diskutieren. Könnt auch ihr gerne in den Kommentaren diskutieren. Was ist eigentlich ein Rework? Ist aber auch jetzt noch uninteressant. Interessant ist, er hat 10 weniger Movement Speed, das tut weh. Okay, 345 war aber auch verdammt schnell, muss man sagen. Also, 345, so schnell sollten eigentlich Assassins sein. Äh, ja. HP per Level, ne, nicht Stopp-HP per Level. HP per 5 wurde reduziert, das heißt, er reckt die ganze Zeit. Weniger HP, 3 weniger, das tut definitiv weh. Allerdings passiert jetzt einiges. Das erste ist, Reduced Healing and Shieldings und Champions wurde komplett runtergenommen, der Effekt. Ich muss erstmal sagen, ich bin kein Freund davon, wenn so einmalige oder einzigartige Effekte weggenommen werden. Wie zum Beispiel über Akali. Akali hatte auch ihre Shroud und war unsterblich unter dem Turm. Das war einzigartig, das war cool, das war was Neues. Das war etwas, was es nicht im Spiel ergibt, zugesehen. Aber, ich kann das verstehen, dass man es rausnimmt, denn, ne, gucken wir uns den Späfermann an. Das ist eine Pässe, da ist viel zu viel drin, ne. Das heißt, fangen wir an mit seinem Bonus-Damage. Er wird nämlich etwas reduziert, das ist Targets Max-Life-Damage, das ist schon ziemlich viel. Das ist Physical-Damage, 8-16%, wird auf 6-15% reduziert. Allerdings wird jetzt so gehandhabt, dass ihr euch für den Wert, den ihr Damage macht, heilt. Das ist ziemlich cool, ne. Das heißt, hier steht nämlich zum Beispiel 400 gegen Monster. Klar, das ist Max-Damage, im Early-Game macht man auch nicht so viel. Aber das könnte ihn tatsächlich legit viable im Jungle machen, diese Passive, ne. Dadurch, also ich weiß nicht, ob es schon Leute gibt, die ihn im Jungle, aber das alleine könnte schon sorgen, dass er, ne, ein bisschen sich mehr heilt, ein bisschen besser durch den Jungle kommt, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das heißt, ihr müsst jetzt regelmäßig mit eurer Passive angreifen, um euch zu heilen, um diese HP, vor allem muss man ja sagen, ihr heilt euch jetzt die ganze Zeit weniger, deswegen müsst ihr das mit dieser Passive reinholen. Finde ich, ist eine ganz coole Idee, denn wenn ihr zum Beispiel nicht an die Minions rankommt, weil euer Gegner euch zonet, dann heilt ihr euch weder hier mit, noch mit dem hier, beziehungsweise hier heilt euch weniger. Ihr habt also eine klare Schwachstelle. Ist immer eine coole Idee, ne, klare Ziele setzen oder Schwachstellen zu bauen. Cooldown wird reduziert um 10, das ist ziemlich viel, allerdings hat man ja die Möglichkeit, den Cooldown zu reduzieren. Und das war vorher so, 2 für jeden Spell, den ihr macht, ja, das heißt, wenn ihr 3x Q macht, sind 6 Sekunden, und 2 für Hitting Champions mit Sweetspots, ja, das heißt mit der Außenseite der Klinge, oder mit der Klinge halt, ne. Ähm, das wird jetzt so geändert, und zwar zu 2 Sekunden per Damaging Attack or Spell on Enemy Champions, oder ebenfalls die Sweetspots. Na, jetzt denkt ihr euch, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist ganz einfach. Hier könnt ihr einfach durch die Gegend casten. Ihr castet, wie so ein Hampelmannier, einfach spellen. Einfach, einfach spellen. Einfach zaubern, 2 Sekunden runter. Bam. Okay, hier müsst ihr mit dem Spell den gegnerischen Champion treffen, aber dafür, als kleiner Ausgleich, habt ihr a, weniger Cooldown, und b, auch Autotecks zählen jetzt, und nicht nur Spells. Also, ähm, alles in allem, hat Vorteile, hat Nachteile, ist ganz cool. Weiter geht's mit Darkin Blade, seiner Q. Seine Q macht mehr Schaden im Late Game, das heißt, 20 Damage mehr pro Instanz, ist definitiv cool. Vor allem 20 Damage, muss man ja berücksichtigen, der wird ja erhöht, um 50% nochmal, wenn er mit der Außenseite trifft, das ist ziemlich, ziemlich cool. Allerdings, im Early Game gleich wird ganz, ganz langsam mehr, das heißt, auf Stufe 2 hast du 5 Damage mehr, ne? Ähm, ja. Ne, der Cooldown wird erhöht, das heißt, ihr habt 2 Sekunden mehr im Early Game, allerdings, und ich glaube, dafür sind die Sternchen, im Late Game weniger. Im Early Game schwächer, im Late Game mehr. Ja, genauso wie hier, kann man sagen, hier ist der Damage zwar gleich, aber dafür, dass ihr einen höheren Cooldown habt, kann man sagen, ist der Spell schwächer geworden, habt dafür im Late Game mehr Schaden. Außerdem wurde die Max-Zeit während der Cast-Zeit, oder Cast, Castings, wie sagt man's, während der Casts, reduziert. Das heißt, ihr könnt nur noch 3 Sekunden warten, bis ihr die nächste Q macht, anstatt 4 Sekunden. Ihr müsst also deutlich schneller Q, Q, Q machen. Ihr habt zwischen jedem Q 3 Sekunden Zeit statt 4. Grundsätzlich muss man das hier alles, ja, weiß nicht, Early Game Nerf, Late Game Buff. Weiter geht's mit den Infernal Chains. Slow Changed von 15% und mit jedem Level bis 35% auf 25%. Und der Cooldown wurde im Early Game erhöht und im Late Game gleich. Hier muss man sagen, würde ich overall erstmal sagen, das ist ein Buff. Ne, klar. Denn, als Adrox magst man diesen Spell ja nicht. Das heißt, du gehst erstmal für deine Q und dann für deine E und dann für deine W. Das heißt, du hast bis zu Level 11 einen Punkt in der W. Und mit diesem einen Punkt hast du 25% Slow statt 15% Slow. Und ich glaube, 25% reichen actually wirklich aus, um das Ziel wieder zurück zum Ausgangsort, wo du den Gegner getroffen hast, zurückzuziehen. Ne, das ist ja die Funktion der Infernal Chains. Und 15% ist ja, glaube ich, wirklich zu wenig. 25% könnten da sehr, sehr gut ausreichen. 35% ist wahrscheinlich schon, ja, was heißt, too much? Too much kann ich haben, ne. Aber das hier würde ich als Buff bezeichnen. Dafür, dass du allerdings dann wieder mehr Cooldown hast, ist natürlich nicht so geil. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, echt nicht schlecht. Weil diesen Spell spammst du ja nicht. Du willst ihn ja nicht permanent auf Cooldown rausböllern, sondern du engagst vielleicht einmal alle 30 Sekunden oder so und dann hast es auch immer ready. Aber man gibt den Gegnern ein bisschen Möglichkeit, drumherum zu spielen. Weiter geht's mit dem Umbrella Dash. Das heißt, hier bekommt ihr keine zusätzliche AD mehr, wenn ihr dash. Das wurde komplett entfernt. Dafür habt ihr jetzt allerdings, also ihr habt euch ja geheilt und der Heal ist hier ebenfalls drauf. Ja, berücksichtigen, dass wir auch Passive Heal bekommen haben. Und der Heal hier wird nochmal etwas verändert. Und zwar ist es so. Vorher habt ihr nur für Physical Champion Damage Heal bekommen. Jetzt bekommt ihr für Non-Periodic Champion Damage of Any Type. Non-Periodic ist, glaube ich, also Non-Dots, also kein Damage, der wiederkehrt. So kann man es, glaube ich. Hier könnt ihr gerne, das ist übelste Auslegungssache, sagt doch auch gerne, was ihr denkt, was es ist. Ich denke, keine Dots. Dots, also keine Spells, die immer wiederkehren. Kein wiederkehrender Damage. Der zählt da nicht mit rein. Das bedeutet, das ist erstmal sehr, sehr cool. Denn die W macht ja Damage, Magical Damage. Ne, es macht sogar Physical Damage. Cool. Okay, ich dachte, ich hätte echt gedacht, die macht Magical Damage. Aber ich glaube, hier zählt dann zum Beispiel alles rein, wie... Ja, wenn du einen Witzend baust, zählt das mit rein. Ich weiß nicht, was will man denn an Magic Damage machen zum Beispiel? Weil das, darauf holt die ja hinaus. Oder True Damage. Conqueror. Wenn du Conqueror gehst, das zählt jetzt tatsächlich hier mit rein. Conqueror, cool. Das heißt, du haltest dich ziemlich gut mit Conqueror. Das ist ein ganz guter Buff eigentlich. Ne, und wenn du mal irgendwie True Damage hast, warum auch immer. Ne, also, oder Witzend halt. Aber ich weiß nicht. Könnte Sinn machen. Witzend, das neue. Vielleicht. Hm. Mal gucken. Da ist wahrscheinlich zu viel Tag Speed drauf. Cooldown wurde allerdings auch verringert. Von 9 auf 8 und von 5 auf 4. Eine Sekunde weniger. Ist auf jeden Fall cool. Und dann geht's weiter mit der Ultimate. Ihr seht schon, hier wird sehr, sehr viel removed. Erstmal das erste und wichtigste. Verbündete Minions werden nicht mehr gefiert. Ich meine, ich kann's verstehen, dass sein Anblick, wenn er sich verwandelt, extrem heftig ist. Und dass dann auch verbündete Minions weglaufen. Aber das ist natürlich echt scheiße. Weil die machen auch ganz gut Damage in so einem Trade. Und wenn die wegrennen, ne. Manchmal könnte man die echt gut gebrauchen. Dann außerdem Movement Speed on Cast right out of combat. Ja, das heißt, ihr habt kein zusätzliches Movement Speed mehr, wenn ihr out of combat seid. Aber jetzt kommen einige Dinge. Vorher war es so, wenn ihr eure Ultimate castet, bekommt ihr ganz kurz für eine Sekunde oder zwei mehr Movement Speed. Sehr, sehr viel mehr Movement Speed. Und ihr bekommt out of combat so wirklich richtig viel Movement Speed. So 160, 200, 250 Movement Speed. Ja, also ihr seid gigaschnell. Ne, aber nur out of combat. Hier ist es jetzt so, ihr bekommt das auch in Combat. Aber dafür nur 60, 80 oder 100% Movement Speed. Decaying over World Enders Duration. Das heißt, decaying, das wird mit der Zeit immer ein bisschen weniger. Aber es ist auch Infight da, was ziemlich cool ist. Außerdem bekommt ihr, und das ist heftig, 50 bzw. 100% increased healing during World Ender. Ihr bekommt mehr Heilung durch die E. Ihr bekommt mehr Heilung durch eure Passive. Und vielleicht durch den Witzend. Naja, okay, Witzend ist wahrscheinlich wirklich nicht gut. Aber durch Conqueror bekommt ihr mehr, also, ne, oder, keine Ahnung. Heft ist auf jeden Fall wirklich, wirklich, wirklich heftig, ne. Im Prinzip, increased healing, das heißt, ihr könnt auch mehr Heilung durch eine Suraka bekommen. Und auch durch eine Spirit Visage. Also, ich hab auch schon hier und das ein oder andere Video angeschaut. Man kann sagen, der Atox heilt sich gigamäßig viel. Also, in der Ultimate, finde ich, geht auch wieder so ein bisschen in die alte Richtung zurück. Der alte Atox war ja ein Drain Tank. Das heißt, er hat, kennt ihr den alten Atox noch? Der hat getankt, indem er den Gegner angegriffen hat. Indem er sich die ganze Zeit geheilt hat. Und das geht wieder so ein bisschen dazin zurück. Finde ich eigentlich cool, die Idee. Das heißt, ihr könnt ihn Full Damage bauen, aber er heilt sich durch den Damage, den er macht. Und bleibt dadurch am Leben. Ja, was noch interessant ist, beziehungsweise was bleibt, ist natürlich, dass er zusätzliche AD bekommt. Das steht hier irgendwo 20%. Ähm, wichtig wird's jetzt allerdings, und zwar on Takedown. Ne, fangen wir erstmal so an. Er kann sich nicht mehr wieder überleben. Das heißt, wenn er einfach, wenn er seine Ultimate macht und stirbt, dann ist er tot. Dann ist er tot, er ist einfach tot. Aber, Ausnahme, on Takedown. Das heißt, wenn ihr einen Gegner tötet, das zählt aber auch, wenn ein Gegner einfach gekillt wird. Ja, das heißt, ihr müsst ihn, glaube ich, nicht selber töten. Dann wird eure Ultimate um 5 Sekunden verlängert. Euer Move-Warm-Speed wird refreshed. Ihr seid also wieder gigaschnell. Und, ihr schaltet frei, dass ihr euch wiederbelebt, wenn ihr stirbt. Aber nur, wenn jemand anderes stirbt. Das heißt, wenn ihr das anmacht, weil ihr wegrennt vor jemanden und versucht zu verteidigen, dann bekommt ihr dadurch maximalen Move-Warm-Speed, aber keine Wiederbelebung. Custheit wurde etwas reduziert. Cooldown wurde etwas reduziert. Und, Achtung, wenn ihr euch wiederbelebt, seid ihr um 99% geslaut. Das heißt, ihr könnt euch legit nicht bewegen. Also, ihr könnt euch bewegen, aber nicht wirklich weit. Nicht wirklich schnell. Außerdem wurde der Heal gechanged. Ihr heilt euch nicht mehr um 10-50%, sondern immer um 30%. Finde ich eigentlich cool. Ist, glaube ich, besser, weil 30% verlässlich zu haben, ist definitiv mehr Worth, als wenn du da mal mit 10% stehst. Sind sehr, sehr viele Änderungen. Muss man wirklich schauen. Ich denke, man kann wirklich von einem Rework reden. Muss man echt gucken, was da alles auf uns wartet, sage ich mal. Ich meine, ich habe jetzt fast nur über Adrugs geredet. Holy shit, ich habe nichts anderes gemacht. Oh mein Gott, tut mir leid. Es hat schon so lange gedauert. Ich wollte das echt durchgehen. Ja, wir müssen jetzt Gas geben. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu geben. Find die Änderungen erstmal cool. Blitzcrank. Blitzcranks Shield ist jetzt nicht mehr Current Mana, sondern Max Mana. Ist auf jeden Fall sehr cool. Ne, Max Mana. Darauf kannst du nicht mehr verlassen. Außerdem ist seine Ultimate jetzt anders. Und zwar kommt nicht immer so ein dämlicher Blitz von oben runter, der einfach die Minions klaut. Sondern die Blitz, seine Faust wird quasi aufgeladen. Alle paar Sekunden, so wie es vorher war. Und er macht dann zusätzlich 100 bis 200%... 200%... 200%... 200 plus 20% Damage. Und 3% Maximum Magic Damage und Punch quasi. Ja, deine Faust lädt dich auf. Du punchst den Gegner und bam, dealst richtig hart in das Gesicht eines Gegners. Du kannst aber immer noch die Active machen, dass alles drumherum Damage bekommt. Lightning Rush. Lightning Rush gibt keine zusätzliche Armor und Magiereszenz mehr. Das war vorher so 10 und pro Stufe 10 drauf. Ja, das heißt 20, 30, 40, 50. Jetzt ist es so, ihr bekommt das auf der Ultimate. Das heißt 20, 40, 60. Hier sehen wir schon mal, ihr kriegt am Ende 10 mehr Armor und Magieresistenz insgesamt. Das ist also schon mal ein Buff in dem puren Wert. Allerdings muss man natürlich sagen, es hat Buffs und Nerfs. In der Laning Phase, ihr habt natürlich viel weniger Cooldown. Das heißt, die könnte man rein theoretisch viel, viel öfter benutzen. Und bis Level 6 habt ihr keine Ultimate. Das heißt, bis Level 6 ist es ein super harter Nerf. Muss man einfach so sagen. Ab Level 6 muss man erstmal, beziehungsweise vor allem ab Level 11 muss man sagen, es ist ein gigageiler Buff, weil die E magst du nicht auf Kennen. Sondern du gehst für die W und die Q. Das heißt, du hast einen Punkt bis Level E, äh bis Level E, bis Level 11 da drin. Wird dir also 10 Armor und Magieresistenz geben. Mit Level 11 kriegst du aber trotzdem jetzt dann 40 Armor und Magieresistenz. Natürlich muss man immer so ein bisschen diskutieren. Du bekommst zusätzliche Resistenzenz, wenn du alle Gegner um dich rumstanzst. Und jeder von dich wegrennt. Ist auch immer wieder so ein bisschen fragwürdig. Muss man mal gucken. Aber was auf jeden Fall gesagt wurde, ist, dass gerade für Adi-Canons, das ein cooler Buff ist. Du machst dein Ultimate an und du rennst dir niemanden hinterher. Und machst auch kein Stundlass, weil du machst einfach Autotext des Todes. Ansonsten, wie gesagt, Hot Buffs, Hot Nerves. Gerade in dem Early Game, wo er sehr, sehr stark ist, wurde er genervt. Finde ich, ist eine coole Idee. Ich glaube, das war auch die Absicht davon. Rakan. Rakan, muss ich sagen, habe ich nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Denn, erstmal ist es so, er bekommt mehr HP, er bekommt mehr Armor, er bekommt weniger AD, deutlich weniger. 12 weniger AD tut auf jeden Fall weh. Er bekommt dafür aber mehr Magier-Sense und mehr Magier-Sense per Level super viel. Also, er wird deutlich tankiger. Finde ich cool. Seine W, er springt deutlich schneller. Ist definitiv auch sehr, sehr gut. Und, weil Rakan ist aktuell echt Müll. Bei seiner Ultimate, ich habe es versucht, Leute, aber... Also, er hat jetzt eine Cast-Zeit von 0,5 Sekunden auf seiner Ultimate. Er kann aber immer noch laufen. Und er kann in der Zeit nicht flashen und auch nicht 2, also wahrscheinlich W drücken. Ähm, ich glaube, das ist erstmal ein Nerf. Aber hier steht halt, und das verwirrt mich, I put in a buffering system for the air. Das ist halt so, dass du... Buffering ist immer, dass man mehrere Befehle gleichzeitig geben kann und die nacheinander abgearbeitet werden. Das heißt, du drückst RW, dann macht er R und sobald die Cast-Zeit vorbei ist, drückt er direkt W. Okay, ähm, und hier steht, es soll sich deutlich flüssiger anfühlen. Also, klingt es nach einem Buff. Aber insgesamt heißt es, glaube ich, im Endeffekt, dass Rakan nicht mehr diese Air-Flash-W-Kombo direkt machen soll. Ne, dieses Air-Bump-W. Das ist zu heftig, die Kombo auf ihm. Deswegen sagt man, das nerfen wir ein bisschen. Du hast mehr Möglichkeiten, gegen ihn zu spielen. Du hast diese 0,5 Sekunden Reaktionszeit, wo er nicht flashen oder wehen kann. Und dann musst du halt so hin, dass du Land gewinnst. Tahm Kench, muss ich mir ehrlich sagen, habe ich mir gar nicht durchgelesen. Heilige Scheiße, ich habe mich ja für alles informiert. Dann ist das jetzt, ich reagiere auf, live. Slow Duration, höher, finde ich kacke, weil ich hasse Tahm Kench. Ähm, Cooldown Changed, finde ich cool. Ne, 8 Sekunden, 5 Sekunden ist viel zu wenig im Early-Game. 5 Sekunden, also Tahm Kench ist ein puro Pest. 4 Sekunden im Late-Game, boah. Ja, ist okay. Missile Range wurde etwas erhöht, Slow Changed, 50% gibt's weg. Oh mein Gott, dieser Champion, aah. Oh Gott, 16 Minuten schon. Devor. Tom Kench ist now slowed and grounded when he devours an enemy champion, when devouring an allied champion. Wat? Also er ist jetzt langsamer und geslaut, wenn er einen gegnerischen Champion frisst, wenn er einen verbündeten Champion frisst. Hä? Bin ich blöd? Achso, achso. Simulary, okay. Ähm, er ist genauso langsam, wenn er Verbündete und auch Angegriffene, achso, er ist, das ist das gleiche Tempo, okay. Das heißt, es ist ein Nerf, hätte ich gesagt, oder? Das heißt, er ist langsamer, Mana-Kosten wurden erhöht und außerdem additional refunds, 50% of its, wenn der, okay, wenn er Gegner frisst, dann wird er quasi belohnt. Das wäre ja nur 50% Mana-Kosten bezahlt. Minion-Speed-Damage wurde reduziert, deutlich reduziert, 60 Damage weniger, das tut übel weh. Und Devour-Damage wurde, oh, der prozentuale Damage-Wert, das war vorher nur prozentual, wurde super krass genervt, super krass genervt, 36% auf 13% und 20% auf 5%, hat jetzt aber dafür einen Flat-Wert. Das heißt, deutlich schlechter gegen Tanks, aber deutlich besser gegen sowas wie Artic Carries. Ist eine coole Änderung, aber ja, doch ist, glaube ich, besser als das hier, Alter, 36%, Alter, der frisst sich auf und du bist halb tot, fast. Außerdem seine Ehe heilt jetzt mehr, um 5%, das ist cool. Außerdem heilt er sich mehr, um 10%. Also es wird mehr in diese graue, also er heilt sich mehr und es wird mehr, wenn er Damage bekommt, in diese graue Bar konvertiert. Und sein Ultimate wurde die Range verändert, viel weniger auf Stufe 1, aber viel mehr, 8500, ja, welcome. Das ist richtig viel. Ähm, Cooldown wurde dafür aber auch etwas erhöht, aber dafür im Early-Game deutlich weniger. Ist interessant auf Level 11 gleich, ne? Würdet ihr lieber das haben oder das? Ich glaube lieber das. Ja, Timo, das ist so heftig, damit kann man so heftige Plays machen, holy shit. Timo, ja, die Änderung, die haben wir ja schon 120 Mal gesehen. Ähm, vielleicht kommt er diesmal drauf. Und dann haben wir noch einige Runen, ne? Cheap Shot ist scheiße, wird deswegen etwas gebufft, ein bisschen mehr Damage ist ganz nett. Timo of Blood wollte ich gerade sagen. Taste of Blood wird genervt, denn ihr könnt, also der Cooldown wird halbiert, aber ebenfalls fast die Heilung. Ja, klar, wenn man es jetzt hochregnet, sind das hier, wenn man das doppelt procgt, 40 statt 35 und 20 statt 18. Aber, ihr müsst also alle 10 Sekunden den Gegner angreifen. Das macht man selten, ne? Das kommt immer auf die Lane an, aber den Gegner alle 10 Sekunden angreifen, er nicht, sondern den Gegner alle 20 Sekunden einmal angreifen, das geht. Das heißt, das hier ist insgesamt ein Nerf. Ghost Poro, ähm, ist jetzt so, dass ihr auch einen Stack bekommt, wenn der Ghost Poro einen Gegner spottet. Ist ganz cool, das heißt, ihr bekommt ja ein, ein Stack, wenn ihr das Wad in einen Ghost Poro verwandelt, beziehungsweise es ausläuft. Und wenn dieser Ghost Poro dann noch einen Gegner sieht, das heißt, ihr bekommt zwei Stacks, ihr könnt das also deutlich, deutlich schneller stacken. Und ab und zu ist es ja auch so, dass der Poro nicht entdeckt wird, das heißt, da läuft jemand vorbei und ihr kriegt einen Stack. Und dann läuft vielleicht noch mehr jemand vorbei und ihr kriegt wieder einen Stack. Das ist, kann manchmal dafür sorgen, dass ihr richtig schnell eure Stacks habt. Ultimate Hunter gibt jetzt mehr Cooldown Reduce, finde ich, fragt würde. Also ich finde es gut, ich mag die Rune sehr gerne, aber ich sehe jetzt schon Kartus und Lux, ähm, weiß ich nicht, schwierig. Relentless Hunter wird auch gebufft, das heißt, hier kriegt ihr mehr Move-N-Speed, auch, ähm, Grund-Move-N-Speed und Move-N-Speed per Stack. Das ist natürlich ziemlich cool für Talon, beides, wofür man sich jetzt entscheidet, dafür oder dafür, ist definitiv nett. Relentless Hunter wird so gebufft, dass ihr jetzt 1% zuerst das Move-N-Speed bekommt, ne, das ist ganz cool. Das heißt, ähm, ja, ihr lauft wieder schneller, das war ja vorher auch mal da drauf, vorher waren es, am Anfang waren es glaube ich 3% oder so, dann waren es 1,5% und jetzt sind es 1% statt 0%, ist definitiv nicht schlecht. Allerdings waren es vorher glaube ich 10% und jetzt sind es 7, ne, das heißt, eure Effekte sind nicht mehr ganz, aber das hier ist auf jeden Fall cool. Es profitieren jetzt auch wieder Champions davon, die halt nicht schneller laufen können, also kein Spell dafür haben. Transcendence gibt euch jetzt mehr AD oder AP für CDR, die ihr overcapt, das ist ziemlich cool, das heißt, ihr bekommt statt 12 AD, bekommt ihr 18. 6 AD mehr, pro 10%, ist cool, ne, das ist schon cool. Habt ihr 20% zu viel, bekommt ihr 12 AD, das ist nicht schlecht. Und bei AP sind es sogar 10 AP, ist auch nicht verkehrt. Scorch wird etwas gebufft, Scorch ist auch echt kacke, 5 mehr Damage. Klingt nicht viel, könnt ihr aber alle 10 Sekunden procken, 5 mehr Damage, alle 10 Sekunden kann man hochrechnen, wenn man es alle 10 Sekunden prockt, aber wenn man Scorch spielt, sollte man wirklich die ganze Zeit da Gas geben. Aftershock wird genervt, oh Gott, das ist viel zu lang, tut mir so leid. Aftershock wird, ja, genervt changed, kann man sagen, wie man möchte. Erstmal hat es vorher mit Base AD skaliert und das wurde jetzt komplett entfernt, dafür skaliert es aber etwas besser mit Max Health. Ja, das heißt, ihr müsst mehr AP bauen, ist definitiv cool, ne, Base AD ist immer ein relativ hoher Wert und dadurch ist es gerade im Early Game schlechter, ja, muss man sagen. Amor und Magie Distance wurde gechanged, das heißt von 70 auf 120 auf 70 plus 50% eurer Resistenzen, das ist ziemlich cool. Aftershock ist nämlich ziemlich scheiße und, also ich hasse die Rune, die ist viel zu stark, das wollte ich damit sagen. Ich meine, ihr bekommt einfach 120 Amor und Magie Distance und jetzt ist es quasi auch ein bisschen abhängig von denen, wie viele Resistenzen ihr kauft. Aber, eigentlich ganz ehrlich, wenn ich das mal so jetzt sagen darf, kommt man jetzt im Early Game plus 50%. Ja, das sind im Early Game, hast du ja deine 30 Resistenzen oder so, das heißt, da kannst du schon mal wieder 15 draufkloppen, bis bei 85 und bis 120 ist es auch nicht weit. Die hätten diesen Wert hier, der muss tiefer sein. Der hier muss tiefer sein, nicht der. Der hier. Du greifst und Thrash bei Level 1 an und du kriegst 70 Amor und so, ey, komm, bitte. Das ist total lächerlich. Ja, Bone Plating reduziert etwas mehr Schaden, Conditioning gibt jetzt 9 statt 8 Amor und Magie Distance und Magical Footwear ist einfach zu stark, viel zu viele Leute spielen damit, viel zu effektiv. Braucht jetzt 12 Minuten, bis ihr fertig seid, allerdings könnt ihr es jetzt auch um 45 Sekunden pro Take-Down reduzieren. Das war's für den Video, es tut mir übel leid, dass es so lange gedauert hat, ich hoffe, es war trotzdem ertragbar. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, auf Wiedersehen und tschüss.